Hey Leute, ich muss euch jetzt einen richtig krassen Bug zeigen. Nämlich habe ich hier mit dem Schweinestall zu tun, äh, mit diesem Himbeerding da, Himbeerstrauch. Ähm, und ja, wie ihr seht, ist der Himbeerstrauch in dem Schweinestall drin. Ähm, ups, äh, ja, und da könnte man, ich mach's mal so, ein bisschen verschieben und wieder hin. So, da hat sich der Bug wieder ein bisschen aufgelöst, weil jetzt ist die Pflanze nicht mehr drin. Aber jetzt tippe ich auf die Pflanze und jetzt ist der Bug wieder so. Seltsam, gell? Und jetzt ist er wieder weg.